Was ist die Religion der Unkritisierbaren? Das weltweit betrachtet wohl nur bedingt stimmt, wenn die friedliebenden Unkritisierbaren überhaupt eine Mehrheit darstellen, dann wohl nur eine knappe, aber für Europa mag das stimmen. Gehen wir davon aus, es stimmt. Was bedeutet das? Tatsache ist, es handelt sich bei diesen Leuten um Menschen. Und Menschen sind Mitläufer. Menschen wollen in Ruhe gelassen werden. Menschen akzeptieren wirklich vieles, solange man ihnen die Möglichkeit lässt, sich irgendwie unbehelligt durchzuwinden. Und diese menschliche Eigenschaft ist ein Problem. Denn wir können mit großer Sicherheit vorhersagen, was passieren wird. Sobald die Unkritisierbaren die Mehrheit haben, werden die 10% durchgeknallten von ihnen selbstverständlich die Installation des Regelwerks der Unkritisierbaren fordern. Ein Regelwerk, das ausdrücklich auch Regeln für den Umgang mit jenen, die nicht zu ihrer Gruppe gehören, beinhaltet. Die 90% Friedlichen wollen dann nur in Ruhe gelassen werden, beziehungsweise keinen Ärger kriegen und stimmen dem Ganzen, ohne groß nachzudenken, zu. Und wenig später war es das mit der Demokratie und der Freiheit. Und ermöglicht haben das die friedliebenden Nachbarn, weil sie friedliebend waren und nicht wehrhaft. Ach ja, Beleg, die gesamte Geschichte der unkritisierbaren Ideologie. Danke.